Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute zeige ich dir natürlich mal wieder ganz einfache Faltreps. Ich mag die sehr gerne zwischendurch als Snack oder wenn man zwei macht oder beziehungsweise wenn ich zwei mache, dann reicht es mir als Mittagessen und vor allen Dingen ist es preisgünstig, obwohl der Käse auch schon teuer geworden ist. Ich selber mache es in meinem Grill hier und das passt. Ich nehme meinen vorab, ist ja klar, und schneide da so eine Seite auf, belege den hier mit Kräuterkäse, Frischkäse, dann mit Mortadella, Geflügel, Käse und ein Salatblatt. Dann wird gefaltet, zack, 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 zu ist die Tasche und ab in den Ofen. Und was soll ich sagen? Mega, mega lecker. Hast du das auch schon probiert? Die Füllung kann man ja machen, wie man möchte. Lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Bis dann. Kitchen Granny Heike. Unterstütze meinen Kanal jetzt per Paypal. Tschüss.